Bau mit Nanopor, Anti-Aging für die Fassade. Bau mit Nanopor-Putz und Nanopor-Farbe für eine dauerhaft schöne Fassade. Die Fassade ist Schmuck und Schutz jedes Gebäudes. In ihrer Funktion als Außenhaut ist sie jedoch im Laufe von Jahren permanent verschiedensten Umweltbelastungen ausgesetzt. Die Folge davon sind meist unschöne Verschmutzungen bei herkömmlichen Fassaden. Bau mit ist es durch den Einsatz von Nanotechnologie gelungen, die Nanopor-Fassade dauerhaft vor Verunreinigung zu schützen. So bleibt ihr Haus auch nach Jahren strahlend schön. Der Aufbau einer typischen Bau mit Fassade besteht aus der Open-Fassadenplatte Reflect. Bau mit Open-Klebespachtel, Textilglasgitter und Grundierung bilden die Basis für den Bau mit Nanopor-Putz in verschiedenen Körnungen und in 200 verschiedenen Farbtönen. Die Putzschicht selbst ist nur ca. 2 mm stark. 10% dieser Schicht, also rund 0,2 mm, sind hydrophil. Das heißt, anders als bei einer herkömmlichen hydrophoben Struktur, bleibt ein Wassertropfen nicht kugelartig stehen, sondern verliert seine Oberflächenspannung und wird von der obersten Schicht aufgenommen. Dadurch trocknet die Fassade wesentlich schneller und Schmutz kann sich nur schwer festsetzen. Die Fassade bleibt sauber und schön. Regen, Wind und Sonne können einer herkömmlichen Fassade erheblich zusetzen. Die Nanopor-Fassade ist selbstreinigend. Durch die optimale Wasserdampfdiffusion der Nanoporen wird die in der hydrophilen Oberfläche aufgenommene Feuchtigkeit sehr schnell wieder abgegeben. Die wenigen Schmutzpartikel, die sich trotzdem festsetzen, werden durch die Verdunstung rasch gelöst. Die Nanopor-Fassade ist mineralisch, diffusionsoffen und atmungsaktiv. Die Nanopor-Fassade bleibt auch unter Dachvorsprüngen dauerhaft sauber. Die Nanoporen sind zu klein für Schmutzpartikel. Diese finden auf der mikroskopisch glatten Oberfläche keinen Halt. Außerdem zieht die Nanopor-Fassade durch geringere elektrostatische Aufladung weniger Schmutz an. Baumit Nanopor. Anti-Aging für die Fassade. Baumit Nanopor-Putz und Nanopor-Farbe. Für eine dauerhaft schöne Fassade. Du bist noch immer so schön. Wie am ersten Tag. Mit wem sprichst du da? Na, mit unserer Fassade. Baumit Nanopor-Putz. Mit dem neuen Anti-Aging-System bleibt die Fassade doppelt so lange sauber und schön. Mehr Infos zu Baumit Nanopor-Putz unter baumit.com Baumit. Ideen mit Zukunft Maulstellung da in die Klaسم. Darumb инstrat** Angellingsschlag. 不 after all die Live. jeweils auft. ganze 1st ukart. Untertitelung des ZDF, 2020